Schaut mal Leute, überall sieht man Holz, 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 bis dahinten hin, auf der anderen Seite auch hoch und runter. Ja, da stehen noch ein paar tote Fichten, aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm, wenn sie weg sind. Dann haben die Laubbäume dann mehr Chance zu wachsen, weil die Fichten sind ungefähr vor 200, 300 Jahren nach Europa gekommen, nach Deutschland und so. Weil, das nennt sich ja aus skandinavischem Teil, weil die haben sie ja nur geholt, weil die so schnell wachsen. Das wollte ich euch mal sagen.